So, dann machen wir den zweiten Versuch für den McLaren. Schlecht ausgesehen hat es nicht, es ist auf jeden Fall zu schaffen. Vorsichtig, die an der Zentrale Gegner. Genau derselbe Fehler wie letztes Mal. Ich wusste nicht, ob ich hoch oder runter sollte. Ich hätte nämlich einfach oben bleiben müssen. Mann. Machen wir den Weg frei. Na, wir müssen runter, genau. 10,44 haben extremes Tempo, over. Alle Einheiten, Verfolgung fortsetzen. Verfolgung fortsetzen. Für Rufseinheit im Sekundärgebiet, Verstärkung. Verstärkung, wir müssen die Einheiten genehmigen. Zentrale. 10,4. Alle Einheiten, unser Co. 3-Verdächtiger ist zurück. Zentrale Einsatzleitung und neue Taktik-Faik eben, over. Und jetzt open. Das ist das gute Ding, übelst abgehoben. Ja, schubs mich eben da rein. Was für ein Überschuss, der angekommen ist, da kann es noch gar nicht mithalten. Ja, wir haben Sackfuß. Ja. Achtung, Einsatz von Nagelbändern wurde genehmigt. Zentrale Einsatzleitung. Ja, voll. Jawohl, jawohl. So sollte es sein. So, jetzt müssen wir noch rammen. Dann ist es unser. Scheiße, ich habe gerade, ich würde den damit erwischen. Ich finde das doof, dass man... Verdächtiger ist schwer kollidiert. Verdächtig verloren. Wir haben neue Instrumente zum letzten Kontaktpunkt zurück. Okay. Jetzt sind wir die losgeworden. Jetzt stellen wir uns erstmal hier hin. Und warten, bis der Most Wanted Gegner kommt. Das hat der Spawn mir auch verraten. Man muss einfach nur ein bisschen warten. Und... Ja, bis man was hört. Und dann kommt der schon. Und dann... Kann man ihn nochmal versuchen herauszufordern. Oder besser gesagt... Zu rammen. Dann kommt er. So. Und das ist unser... Jetzt in Easy Drive verfügbar. Jawohl. Mit dem werden wir natürlich fahren. Und die neuen Rennen machen. Und danach... Geht's richtig ab, Leute. Most Wanted Wagen. Der heißt... Okay. Und danach kommt schon der Bugatti. Danach kommt... Oh Gott, Gott, Gott. Das sind ja noch Autos. Leckt mich an den Füßen. So. Wagen. Lamborghini. Aber... Da ist er. Wie sieht überhaupt die Skala aus? Der ist eindeutig besser. Leckt mich an den Füßen, ey. Nehmen wir einfach da hin. Zum Wagen springen. Jawohl. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir gleich den ersten Sprint. Zielpunkt festlegen. Jawohl. Ab geht's. Boah. Alter Schwede, geht der ab. Boah, der könnte sich das halt schon wieder über 100. Junge, Junge, Junge. Boah, der muss man genießen. Stopp, stopp, stopp. Den haben wir noch nicht. Jawohl, nächstes Auto. 57 haben wir. Na, aber hier noch das nächste Rennen. Und dann geht's gleich los zum nächsten. Nitrobrenner und Geländereif. Wir müssen auf jeden Fall Erster werden. Also das müssen wir auf jeden Fall schaffen. Was ist das für ein Rennen? Ich halte an und verarzte den Fahrer. Das hat er aber nie gesagt. Da hätten wir lang gemusst. SWAT-Team. Boah, übel, Leute. Ach, vor gerade auf Nieto drücken. Da ist auch noch nichts. Auf jeden Fall ist das Ding. Ach, Mann. Jawohl. Na, mal weg mit Schubs. Autobahnen. Jetzt entgegen wir mal ein bisschen Gas hier. Mal gucken, was der Lamborghini kann. Ich stehe voll drauf. Ja, ich bleib hier oben. Führungseinheit im Sekundärgebiet. Sauberverstärkung. 1044 geht weiter. Brauch unterstützt auf Aura. Führungseinheit. Mehr kommt nicht. Bude haben wir gerade gut gehabt. Die Hörer halten nicht an. Wir müssen sie stoppen. 299. 244 geht weiter. Alle Einheiten haben wieder Kontakt. Erster, 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 erster. Jawohl, Baby. Jawohl, jawohl. Ah, ist das schön heute. Was haben wir denn? Verbessert die Leistung im Gelände. Dööö. Erhöht die Motorleistung, solange aktiv. Jawohl. Jetzt müssen wir mal vor die Polizei abhauen. Hallo. Komm ich. Den nehmen wir auch noch mit hier. Ja. So, jetzt haben wir nämlich keine Gegner mehr. Aber Stufe 4 waren wir schon. Donnerwetter, ey. Ach, Mann. Kann jetzt keine Tankstelle kommen. Dann ist gut rum. Das ist hier nichts in der Sonne, echt. Wahnsinn. Oh, halt, 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 halt. Da haben wir doch was gefunden. Da haben wir dieses kleine Auto. Dieser Formel 1 Flitzer. Ja. Ja. Ich würde sagen, das war's. Da haben wir einen Rundkurs zum Rennen starten. Auf jeden Fall, wenn wir Erster wären, kriegen wir Leichtbau und noch was. Also Leichtbau wäre schon mal sehr immer echt. Dann würde der noch eine ganze Ecke besser gehen. Aber immer beim Aufnehmen wirklich Erster zu werden, das kennen wir schon, ist wirklich nicht einfach, Leute. Also ich finde es nicht einfach, aber mir macht es einfach Spaß für den Leuten, das halt zeigen, wie das Spiel ist. Und ich sage halt auch meine direkte Meinung zu diesen Spielen. Und ich bleibe damit nicht hinterm und kritisiere auch, ja, etc. Ich habe vor diesen Leuten keine Panik oder irgendwas anderes. Komm, lass mich ran an denen, schubsen wir den. Wir haben voll, wieder voll Nitro. Das ist der Bugatti. Das ist immer noch in der ersten Wunde. Ja, komm mal, ich bin hier. Oh, scheiße, ich wollte da so schön vorherrutschen. Ja, der Spawn hat mir auf jeden Fall verraten, dass der Bugatti übelnd sein soll. Och Mann, das verstehe ich nicht, weißt du. Fährt man in so ein Auto, dann macht man so einen Unfall zum Beispiel. Ja, ich habe jetzt gedacht, ich könnte den jetzt auch mal wegschieben. Aber nö, das funktioniert nicht. Das kann man wirklich nur bei seinen Gegnern machen. Ja, mal wieder voll Nitro. Gleich wieder nutzen, dass wir rankommen. Nicht bei dem drauf fahren. Die Räuse halten nicht an, wir müssen sie stoppen. Die Räuse halten nicht an, wir müssen sie stoppen. Das kann man mal wieder raus. Genau so. Oh! So, und erster, Leichtbau-Chassis und Rennreifen verfügbar, jawoller, zwar übelst langsam gewesen, wegen den kaputten Reifen, aber war doch top, Leute, echt. So, dann wollen wir hier, verbessert die Leistung auf Asphalt, jawoller, unsers und verbessert Kontrolle, verbessert Kontroll und Beschleunigung, jawoll, können wir uns auch abdüsen hier von dem Polizisten und dann werde ich erstmal wieder aufhören mit aufnehmen. Komm, da schauen wir an. Ja, 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 ja. Boah, jetzt sind wir genau da reingekracht. Äh, ist der Tor ganz komisch, al, jetzt geht's wieder. Okay So, ich stelle mich hier hin Und sage vielen Dank fürs Zuschauen Bei Need for Speed Most Wanted Mein Name ist Sklabur Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag